Olaf. Großer Olaf. Ich hab hier Leder 2. Ja. Wir brauchen 250, aber ist okay. Frag mich nur, welche ich jetzt jagen gehen soll. Soll ich auch so große Triceratops jagen? Mach doch. Glaubst du es schafft hier, Nina? Klar. Na gut. Oh ja. Doch. Easy. Das gab auch nur 43 Leder. Da kriegst du noch mehr. Ja mach ich. Bin unterwegs. Aua. Oh. Scheiß Mücke. Komm her. Boah ey. Toll. Setin wollte ich nicht was werfen. Dankeschön. Nein. Let's do's. な Natalie. Woh. Gft. Woh. 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 das ist ja schon fast tot gegen was hat der gekämpft hier ist ein triceratops das hast du oder hat er nur eine rote färbung mit drin sagt das doch was ich gesagt ja da hat so eine färbung und danke au au türen weiß gar nicht was wir über ihn ja noch leveln sollen erst mal leben er hat fast 2000 jetzt das kann euch auf 10.000 woche ich so sagen weil sie das pro level gerade mal ein 100 punkte oder so das steigt auch selber am level geht die daten auch noch mal hoch okay kann ich da auch gleich einspacken oder geht kein fleisch da hätte ich ja oh gott guck mal da lässt sich mal drei plätze frei drei ja alter dann macht einen zweiten futtertug und teilt das irgendwie auf eine seite so eine seite so weißt du wie fleisch ich hier hab aber ich glaube das geht nicht bis zum vögelzug fügelzuch na fügelzuch guck mal hier jetzt haben wir hier praktisch so ein herz und so ein futtertrucksymbol die auch auch und hier auch wow das geht echt weit Olaf hat aber keins das heißt wir brauchen auf der anderen seite des hauses nochmal ein futtertuch hier wäre gut hier ja das würde optisch passen das müsste gehen also wenn schon Kari noch bekommen hat da bis hierhin müsste Olaf auch noch kriegen bau einfach auf die andere seite das sieht gut aus mach jetzt ja ja wir müssen Holz sammeln ja geh doch kurz los flieg einmal los hol doch äh weiß ich nicht schon ein paar und dann kommst du wieder Mensch wo ist denn das Problemchen hallo warum machst du da jetzt was voll bei dir in der tasche ab ja bei dir was ja dann mach schnell hol dir schnell Holz dann hol ich da Holz ja wir müssen das so aufteilen oder nicht oder willst du auf der einen seite Fleisch auf der anderen seite Dings machen hol das mal Holz ich will dich jetzt nicht mehr anstrengen schon lass mal hol das mal Holz bevor du hier gleich noch einen Kollaps kriegst oder ich ja ja mit dir ist es echt nicht leicht ey mit dir ja mit dir ne ja siehst du sag selber ne 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 ja ach so gar kein Plan Faser und Cement Faser und Cement Faser und Cement Faser und Cement weißt du ich baue dir hier extra so ein Ding zusammen kein Dank nix hier alter was heißt zusammen gebaut? ich baue dir extra hier so ein Ding ey war auch alleine Leder holen weißt du du pupst dich an wie ein bisschen Holz ne ich weiß gar nicht was du gebaut hast er hat den Sattel soll ich einen zweiten Sattel bauen? ja bitte ja mach mal ja hab ich doch jetzt oh jetzt hat er kaputt oi bin ich steinernst ich brauche ich Feuerstein boah du Noob ey boah ich hab Holz ja super hoffentlich genug komm nicht wieder das ist nicht genug ey da ist glaube ich nix drin gewesen ah ah ja scheiße boah hab ich noch fliegen können wie er fliegen können was nix ich hab glaub mit mir selber geredet ah nix 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 ich hab mit mir selber geredet ah nix 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 gut 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 wohnen lauf 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 hier ruft er sein nennig bitteschön so das heißt zweier von was? nochmal zwei und wir können nochmal einen unten hinstellen in der Nähe von den Vögeln einfach oben rein in die Ecke ja oder unten das ist egal oh da musst du eigentlich kennen da hab ich noch eine da kann man Fleisch rein knallen oder irgendwas anderes die Vögel brauchen sowieso nur Fleisch ne? zum Fleischstück ja ich stell nochmal eine bei den Vögel oder guck mal wenn ich den ja ich guck brauchen die überhaupt also wir sollten auch einen wahrscheinlich Hälfte Hälfte machen und den anderen kann man auch nur mit Bären rein machen ja ich weiß nicht ob das reicht wenn gleich dazu bleibt unten hinstellen einfach vielleicht oder? meinst du? unten auf die Plattform ja das müsste denke ich mal schon lang überlegen aber doch das sollte gehen so das ist schon wieder so eine Piene so eine Libelle hallo Olaf mach mal Hals runter komm ich hoch da komm ich die Strand vorbei oder? auch ich komm da dran vorbei wo fließt du denn hin? ich brauch Feuerstein äh haben wir doch drin bei uns haben wir welches müssen wir ja drin haben im ersten Schrank ja ja sowas von Macker echt ähm was hab ich jetzt dabei? ach ja ich hab ein bisschen was getötet guck mal ich hab hier schwarze Perle Siliziumperlen hab ich auch noch gefunden dann Öl hab ich schon noch schwärze Perlen ganz wie Zitrin hab ich jetzt mal da rein so jetzt wird mir Stroh da müssen wir auch noch haben noch mal was Neues ja ja Hammer wieso hast du jetzt beide nicht hier auf die Seite gepackt? hä? Antonis das ist doch Quatsch auf die andere Hausseite du hast Olaf immer noch nicht erwischt ne ich denke da machen wir hier Fleisch rein also müssen wir noch mehr Trüge haben denn? ne ich kann ja noch einen bauen weil hier drüben kriegst ja Olaf nicht erwischt auf der Seite wenn du guckst mach mal ich bau noch einen Holz und Faser komm mal mit hier gammelt das vielleicht dann vielleicht auch nicht mehr so schnell hier drin? doch das gammelt immer noch ja aber nicht ganz so schnell glaube ich hier steht zwei Minuten Spoiltime wenn ich das da reinlege acht Minuten ach so super also auf jeden Fall kürzer na Spike aber die haben wir jetzt zu Dings gemacht zu Traglastviechern boah die haben fast gar kein Fleisch mehr drin hola die Waldfee boah das ist aber knapp gewesen hier bei Spike und Dings was? die haben warte wer ist das? das ist Jogi Jogi hat noch zwei Fleisch drin ok und hat jetzt einen Trug und die haben aber keinen Futtertrug auf dem Kopf ne da muss Fleisch rein habe ich unten doch Fleisch rein gepackt hast du dann geht es nicht so weit wahrscheinlich wie in der Höhe Höhenunterschied wa? ich weiß nicht wenn ich das abreiße kann ich es bestimmt nicht neu bauen das wird ja Material wieder ja ich weiß aber warte mal mir fehlt nur noch Holz bisschen dann kann ich noch mal einen zweiten machen ja ich muss den Rucks zum abreißen ja ja ich mach gleich einen zweiten ach so ich sollte ich habe es beschädigt anstatt abzureißen aber gut ich guck mal habe ich das Gelenkerfuttertrug sonst baue ich schnell ein welcher bin ich habe es schon zwei ach so schnell bist du? ja ja ich will trotzdem gucken ob ich das bauen kann ja kannst du auch nein wo ist er denn? wo ist er denn? ja wo ist er denn? ja wo ist er denn? hallo Futtertrug wo bist du? hä kann man den hier gar nicht bauen? muss er so eine Werkbank bauen? ne kannst du eine Artage machen ach da ist er ne da boah da fehlt mir noch viel zu viel wo bist du denn? ja nach oben also ich habe auf der Einzelne jetzt weil da ja wahrscheinlich die Fleischfresser sind auch da vielleicht wo die zwei sind ja hast du schon wieder weg? da ist immer wie vorbei ich komm ich bin doch flotte Dame ja ja du wolltest ja schon immer eine Frau sein machen wir hier irgendwie eine Ecke ne? oder hier vorne ran genau sehr schön aber hier ist eine Leiter stimmt wieso haben wir die Leiter noch dran gelassen? gut egal stimmt die Säule sowieso bisschen höher da können wir es gut ran stellen ich würde hier oder? ne? das geht dann auch wie hoch ja oder pack sie hoch mir ist auch egal warum schuppt denn der hier? auf Yogi raufbauen kann sie es nicht oder willst du die Leiter mal abmachen? ja ich versuch das aber Leiter aus Holz nicht die Wand weg ja ich bin doch schon weg ich bin mal im Vogel ja still vorne ich bin doch nicht ich bin doch nicht Spiegel am Weg das schon mal mit denen ich rückwärts laufen kann ey nein nicht 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 abheben ich hab Fleisch ja jetzt haben sie also bei Spike sehe ich zum Beispiel eins du kannst doch jetzt gleich das bei den Tieren rausnehmen bei Yogi auch nicht oder kriegen die das erste wenn das nicht mehr drin ist was ist mit dem Gammelfunch? ich sehe eins